Moin miteinander und herzlich willkommen zurück auf der YouTube Farm im LS15 im Landwirtschaftssimulator und mit dabei heute der Manikus, der Kai und der Dennis und natürlich euer Dr. X ist auch wieder dabei und der will jetzt erstmal noch ein bisschen Geld verdienen, indem er einen Traktor verkauft. Wir haben vorgespult. Was wollen wir mit Gerste verkaufen? Gerste oder? Ja, Gerste. Fangt ihr mit dem Weizen schon an zu werden? Ja, ich bin schon dabei. Wir haben eine große Nachfrage für Gerste und für Weizen. Ja. Und wo geht jetzt was hin? Das muss ich noch immer erst daraus machen. Mit der Gerste musst du Richtung Norden fahren. Also zum Depot. Genau. Ja. Alles klar, wie fahre ich denn da links jetzt am besten? So. Und was soll ich machen? Wir haben... Du kannst mit einem Trecker zu mir kommen und mich abdanken. Ich fahre erst nochmal den letzten Hörli verkaufe ich jetzt erst nochmal schnell. Ah, okay. Weil du bist ja noch lange nicht voll, ne? Ja, ich bin schon bei 20 Prozent. Also das geht ja bei Weizen ratzfatz. Das ist... Ich bin auch ratzfatz hier an dem lahmen Dennis vorbei. Ja. Wir brauchen doch ein paar stärkere Stepper. Der kommt nicht mal mit dem kleinen Hänger da hoch. Ne, mein auch nicht. War doch ganz gut, dass wir beide Deutz davor gehängt haben. Ja, ich finde das sowieso lustig. Da hast du einen 300 PS Traktor, ja? Nimmst einen Anhänger, ja? Der wo du unten steht, okay, der ist für, was weiß ich, 100 PS oder so, ja? Und fährst bergauf auf 8 kmh. Ja, ja. Und der ist leer. Ja, aber... Da will ich gar nicht wissen, wie das ist, wenn er voll ist. Ja, also, äh, muss ich mal ehrlich sagen, Giants muss an vielen Baustellen noch arbeiten. Die Fahrphysik ist eine große Baustelle. Ja, aber wirklich. Die Spiegel ist eine kleine Baustelle. Wobei ich sagen muss, ich könnte über die Fahrphysik erstmal hinwegsehen, wenn wenigstens wirklich... wirkliche Fehler weg wären erstmal. Weil es sind ja viele Fehler, die das Spiel nicht mal richtig ermöglichen, solche Sachen wie im Forst. Ja, dass erstmal das ganze Spiel komplett breit gespielt werden kann. Äh, hast du da unten schon einen Schlepper mit Anhänger stehen? Nein, ich bin da nur mit einem Träscher da. Äh, wo ist denn der dritte Anhänger? Der steht an irgendeinem anderen Feld, glaube ich. Der steht bei 14, 16. Achso, okay. Mit Träcker schon vorgehangen, du kannst schon bis, bis ich es runterkommen. Ja, ja, ich komme zu dir. Mein Lieber, ich komme zu dir. Ich bin hier turbomäßig unterwegs jetzt. Ja, okay, das sagst du schon seit drei Stunden. Seit drei Stunden. Ich sehe mir gerade Geschichten hier. Aber es ist wirklich blöd hier. Nein, ich bin ja gleich voll. Du weißt schon, ein Träscher, der was steht, kostet viel Geld. Ja, ja, natürlich. Aber wir sind doch hier nicht auf der Flucht, wir sind doch hier auf der Arbeit. Ja, eben drum. Ja, da wollen wir was schaffen. Wir wollen das entschleunigen. Wir wollen doch gar nicht so turboschnell. Ja, ich weiß, es sieht langweilig aus für deine Zuschauer jetzt, wenn halt nichts zu sehen ist, wenn da nichts passiert. Ja, und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, 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 ich bin unterwegs. Ja, ich hoffe, du fährst keinen Umweg. Das ist ein langer Weg zum Manikus. Ich weiß ja nicht, wo du bist, ob du am 5 oder am 6 bist. Von daher fahr ich jetzt einfach mal dem Weg, der am Bahnhof vorbeigeht. Einfach weil, ja. Was hast du gesagt? Hutsch du auf? Er muss in der Hof, fahr ich jetzt halt. Nein, nein, fahr einfach dann mal weiter. Erste links direkt. Hier links? Ja, hier links. So, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt bin ich voll. Ah, da fahr ich so komisch, das ist ja doof. Ja, noch einen kleinen Umweg, aber. Dann hau mal dein Rohr raus. Oh, Zug kommt, kommt ein Zug. Ja, hier kommt der X. Geht ja erstmal voll, wenn die eisen. Ja. So, wie viel kmh soll ich denn hier mal einstellen? Wie viel dröscht du? Mit 10. Mit 10. Nein, äh, okay. Alles klar. Oh man, oh man. Echt spannend hier, was ich mach. Ah, blinken tut er auch nicht. Das wird teuer, Kai. Oh ja, ja, ja. Ich hab noch hier kein Polizei, ne? Also, ich häng dir hinten drauf. Und das ist der Bürgermeistersicht. Officer Dennis ist hier unterwegs, ne? Schade. Geht ja schon wieder so in die Eisen. Ich hab in dem Moment sogar noch einen Leck gehabt, also. Wer hast du was gewonnen, meinst du? Ja. Gab's hier eigentlich irgendwie... Ach nee, gab's ja nicht. Nee, gab's ja nicht durch. Äh, die Mod hier, den Hatteiler haben wir ja immer noch nicht drin. Nee. Und in die Konsole will ich jetzt nicht reingehen. Außerdem weiß ich den Befehl gar nicht mehr. Gehe es. Ja, ja, ja. Irgendwie muss ich mich dann wieder durchtappen, da und tralala, ja, ja. Ja. Aber... Aber... Mal versuchen, so viel Schwung wie möglich mitzunehmen. Ja. Äh, was war jetzt eigentlich das zweite Thema, was wir noch ansprechen wollten? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Machen wir einfach mal. Fällt mir nochmal irgendwie ein. Ach ja, ich weiß es, genau. Äh, Ausbildung zum, zum Landwirt. Richtig. Kai. Ja. Du bist doch gelernter Bauer, ne? Wie nennt sich das eigentlich, was du gelernt hast? Oder lernst? Es heißt, nach drei Jahren Ausbildung heißt es... Warte mal, wie heißt es denn? Gehilfe für die Landwirtschaft oder irgendwie sowas. So nach dem Motto halt Gehilfe. Ah ja, also was früher Knecht hieß. Ja, so in etwa. Nein, nein, Knecht ist ja ungelernt. Das ist jetzt ein Ausbildungsberuf geworden, okay. Ja, es ist ja heiß ein bisschen doof, was weiß ich auch nicht. Und dann nochmal am besten ein Tutorial, wie man sich direkt innerhalb von den ersten Wochen beim Chef unbeliebt macht, am besten. Ja, nach drei Tagen bei Milchschläuche wechseln, den Daumen auf reißen und im Monat kein geschrieben sein. Äh. Merkt euch das, Kinder? Ne, aber was ist denn da so Ausbildungsinhalt? Was lernt man denn da? Das würde mich echt mal interessieren. Erstmal, du machst halt, bist halt auch im Betrieb. Ganz normal, du machst die Arbeiten, die dir halt anfallen. Ja, klar. Und dann halt in der Schule, äh, dann gehst du einmal die Woche in die Schule. Mhm. Im ersten Lehrjahr zweimal oder du machst das erste Lehrjahr komplett schulisch. Also gehst dann vom Teil die Woche zur Schule wie normale Schüler, sag ich jetzt mal. Ja, so Blockunterricht halt dann noch. Ne, im ersten Lehrjahr kannst du komplett Schule mit Ferien, ganz normal. Ja. So wie es halt in der ganz normalen Schule ist. Ja, klar. Oder du kannst halt das erste halt auch auf den Betrieb machen, dann gehst du zweimal die Woche zur Schule. Okay. Und, ja, was lernt man da? Halt, wie man was am besten macht. Ähm, Krankheiten von einer Kuh und wie man die erkennt. Und, und, und Krautbefall, ganz viele verschiedene Pflanzen, wie die heißen. Ja. Und, ja, was man wann machen sollte. Was, äh, die verschiedenen, was weiß ich hier, mit Dünger und Pestizidkram und so ein Kram ist wahrscheinlich auch. Äh, macht ihr auch irgendwie, habt ihr da Spezialkurse, ist das, oder, oder vielleicht auch allgemein? Hier mit, mit Bio-Landbau und solche Geschichten? Ach so, nein, es ist erstmal allgemein in der Schule. Dann gibt's auf der Doiler gibt's noch Lehrgänge zum Pflug einstellen, also so, äh, treckermäßig. Was halt auch besser praktisch mit bewirkt. Und dann gibt's halt noch, sag ich mal, Schweinelehrgang, Kuhlehrgang, wo du dann halt, das ist so ein... Äh, du bist voll. So, so ein Bauernruf, wie bitte deine... Ja, ich weiß. Was verschenkt man? Ach so. Na, mein Schneidwerk, wenn du zu zweitrücklägst jetzt. Ja, auf jeden Fall auf diesen Betrieben, das ist extra für Schulen, äh, Schulen, dass sie da, ähm, den anderen sozusagen was beibringen. Und das sind halt ganz viele verschiedene Systeme, äh, jeder Bauer macht ja alles anders. Ja. Und da wird's ja mal drüber gestritten, was besser ist. Und da werden halt ziemlich viele Systeme gezeigt, wie man was machen kann. Und, ja, da wird man halt praktisch direkt mit eingebunden. Also da hast du eigentlich so richtig Pflanzenkunde eigentlich auch dabei, ne? Ja. Ja, ist interessant, ja. Äh, Leute, ich bringe das, was jetzt der Money da abgedroschen hat, äh, und ich abgetankt habe, das bringe ich zum Hof hin. Ja. Und ich bringe es nicht gleich direkt zum Verkauf, das macht ihr dann lieber, weil ansonsten dauert's so lange, bis ich wieder zurück beim Money bin. Erstens, das und zweitens würde ich auch sagen, wenn wir gleich die Gerste verkauft haben, spulen wir weiter vor bis 9 Uhr eben kurz, dass sozusagen Preis aktualisiert wurde. Eine volle Stunde haben wir. Volle Stunde. Also ihr macht jetzt, verkauft jetzt nur die Gerste, weil wir haben ja auch nur den, den, ich hab ja jetzt gerade hier Weizen herbei, von daher. Naja, okay. Ja, das nur so zwischendurch. Da hat mich der Dennis eiskalt überholt. Ja. Er hat den schlauen Weg genommen. Und wie ist das eigentlich so jetzt mit den landwirtschaftlichen Maschinen, kommst du da auch ran oder ist das erst an den späteren, äh, Lehrgang? Das heißt, wenn es dann was... Die Maschinen, du machst ja selber, wenn du auf dem Betrieb bist. Ja, auf dem Betrieb kommst du auf jeden Fall, das ist ganz klar. Und dann halt auf diesen Deuler-Lehrgängen, da bist du dann... Das ist da aber auch fast mit Theorie, da sitzt du dann halt nur auf dem Trecker, um die Theorie einmal in die Praxis umzusetzen und zu gucken, wie das wirklich funktioniert. Aha, okay. Und da wird das einstellen von dem Flug zum Beispiel, da sind ja zigtausend Dinge, die du beachten musst. Ja, wo man gar nicht drauf kommt. Aber wie ist das so mit Gefahrgutsachen und so weiter? Ihr habt ja auch teilweise, äh, auf dem Hof werden ja auch Sachen eingesetzt, die sind, äh, ja nun nicht ganz ungefährlich. Wie Spritzmittel wahrscheinlich oder sowas. Zum Beispiel, giftig und so weiter. Da gibt's, ähm, für einen Tag einen Lehrgang. Ach so. Und danach darfst du sozusagen mit einer Spritze umgehen, Spritzmittel einsetzen und all sowas. Vorher darfst du das nicht. Okay. Also ist schon relativ umfangreich, ist also nicht irgendwie so, äh, einfach nur, jo, alter, ich mach jetzt einfach mal hier so ein bisschen ein auf Landwirt, sondern, äh, da wird schon ein bisschen mehr dazu. Ja. Also ich sag mal so, aber mit diesem, mit diesem Spritzmittel einsetzen und so weiter eigentlich, äh, man darf es wahrscheinlich offiziell erst ab dann, aber erstens die älteren Bauern, die werden so einen Lehrgang nicht gehabt haben wahrscheinlich. Doch. Ja? Es gibt extra für einen Spritzschein. Und das wird, wenn du eine Spritze zu Hause selber hast, wird das mitkontrolliert, ob du diesen Spritzschein besitzt und ob du diese Spritzmittel fachgerecht lagerst in einem Extraraum, ob die vernünftig dicht sind und nicht in irgendwelchen, sag ich mal, Billigkanistern gelagert sind und hast du nicht gesehen. Ja. Ach so, das wird eigentlich so richtig überprüft dann eigentlich der Bauer oder wie? Ja. Auch komplett, ob Unfallschutz eingehalten wird, ob oben auf dem Dachboden, sag ich jetzt mal, wo das Heu gelagert wird oder Stroh gelagert wird. Und das haben bei uns noch ziemlich viele, da muss dann Geländer dran und dies und das und hast du nicht gesehen und alles, das ist ziemlich extrem. Mhm, okay. Wobei, ich weiß nicht, ist das nicht bei allen so, weil ich sag mal, bei dem Baum, wo ich hingehe, ich hab's bis jetzt zumindest nicht mitbekommen. Das ist alle zwei Jahre ein Tag, das kriegst du auch nicht mit, wirklich. Ach so. Wir haben zu Hause ja ein Betrieb, das krieg selbst ich teilweise nicht mit, weil die da sind mit Papa, mir das nicht sagt. Mhm. Ähm. Manni, du fährst jetzt am besten nur Langebahn oder? Äh, kann ich machen, ja. Ja, ist ein bisschen einfacher, musst du nicht immer diese blöden Wendemanöver machen. Ja. Aber auch jetzt mal ganz unter uns, ich mein, das kriegte ja keiner mit, ne, ähm, hast du denn schon mal jetzt zum Beispiel vor, bevor du diesen Spritzschein da hattest, hattest du davor schon mal mit so einer gearbeitet zum Beispiel? Nein, Spritzen noch gar nicht, weil wir haben zu Hause erstens keine, mein Nachbar, zwar eine, aber das ist bei uns, das muss schon, weil das Spritzmittel musst du genau dosieren und all sowas. Mhm. Ja, nee, weil ich sag mal. Hätten wir zu Hause selber eine und mein Vater hätte mir das zigtausendmal gezeigt, ich hätte zigtausendmal dabei gewesen, hätte ich es vielleicht auch irgendwann selber gemacht, ohne diesen Schein. Mhm. Das hat die Vorphysik, ist ja genial. Ja, weil so ungefähr, äh, kenn ich das auch, ich hab jetzt zwar selber auch noch keine bedient oder auch noch keinen Düngerstreuer einfach aus dem Grund. Weil, ähm, ich hätte wohl einmal mehr oder weniger die Möglichkeit gehabt, weil es halt gemacht werden musste. Ja, Düngerstreuer ist ja was anderes, das ist ja nicht Gefahrgut, so gesehen. Ja. Ja, aber allgemein also. Ja, gut, obwohl, ich meine, äh, wenn der Nitratdünger oder sowas, da kann man zumindest lustige Sachen draus machen. Kann man, ja, aber das, was man, das im Düngerstreuer passiert ja ja nichts mit, das wird auf dem Feld im Teil, so gesehen. Nee, nee, nee. So, was man aus Nitrat bastelt, äh, liebe Kinder, das erzählt euch euer Chemielehrer in der 10. Klasse. Ja, da ist leider auch, äh, Google wieder mal ein Freund, der einem dann solche Sachen fasst. Aber passt auf, wenn ihr nach sowas forscht, äh, ihr landet ganz schnell bei der NSA in einer bestimmten Kategorie. Genau. So, mehr müssen wir jetzt, glaube ich, nicht dazu dem Thema sagen. Aber was mich jetzt auch gerade mal so interessieren würde, weil ich gehe ja selber auch ab und zu halt zum Bauern halt eher so, ja, nennen wir es mal Hobby-mäßig. Ja. Und was mich da mal interessiert... Was, der Bauer ist Hobby-mäßig oder du gehst da Hobby-mäßig? Ich gehe da praktisch Hobby-mäßig hin. Er macht es halt wirklich Vollzeit. Wie viel Hektar hat der? Der hat 35 Hektar und 2000 Schweine. Das ist ein Schweinemastbetrieb, oder was ist das? Genau. Und ich sage mal, normal ist es doch, glaube ich, so, dass man Maschinen eigentlich erst ab 18 bedienen, also richtig so bedienen darf, so auf dem Feld und dem ganzen Kram, auch während der Ausbildung oder vorher schon? Darfst du, wann du willst. Ich gerade mit 8 Uhr, mit 8 Uhr, mit 8 Jahren da durfte ich Trecker fahren, darfst du auch so, solange du von Feld, äh, von der, was labere ich gerade für den Müll, von der Straße abgegrenzt bist, durch ein Heck oder was weiß ich, darfst du auf dem Feld rumfahren, das kann dir keiner verbieten. Ja gut, weil es ja auch Privatgrund ist, ne? Darf man ja ab 16 machen. Ja, mit 15 Sondergenehmigung. Ja, das auch wieder, das ist aber wieder auch. Nur, ich sage mal, weil man hat es ja in gewisser Weise auch zum Beispiel, theoretisch gesehen, dürfte ich doch normalerweise auch auf dem Hof bei dem nicht fahren, weil vor dem Hof, vor der Einfahrt sozusagen, ist ja keine richtige Schranke, keine Abgrenzung, das heißt, es ist in gewisser Weise, auch wenn es ein Privatweg ist, ja eine öffentliche Straße und da ich keine Fahrer auch dafür habe. Ganz offiziell, ja, da sagt aber überhaupt niemand was dazu, da guckt auch niemand nach, gar nicht. Ja, das ist ganz klar, der lässt auch seinen 8-jährigen Sohn da durch die Gegend juckeln, wobei ich das ganz ehrlich, bei dem nicht. Einfach, weil erstens sehe ich, wie der fährt, zweitens ist bei dem am Radlader, ist schon die Gasfeder kaputt, die das Gaspedal wieder zurückholt, weil er das Gas zu stark durchgetreten hat, obwohl er das gar nicht darf und er auch jedes Mal wieder aufs Neue dafür ermahnt wird. Also, ich bin voll. Hinzu kommt dann noch alles Mögliche, wie gesagt, er fährt die ganze Zeit da praktisch so gut es geht, den Hof rauf und runter, so oft da kann, gut, ich habe da damals auch in gewisser Weise gemacht, wo das für mich noch neu war. Ja, aber meine Lieben, ich unterbreche eine Intennisse, ist ungern, aber die Zeit ist leider Gottes uner. Ja, ist ja kein Problem. Dann würde ich mal sagen, da ich dir jetzt letztes Mal die Abmoderation geklaut habe, dass du mir dieses Mal die klaut hast. Ah, du willst, dass ich dir was klaue, aber lieber, der dich dann einen Zitronenkugelhupf klauen. Gut, meine Freunde, das war es von der YouTube-Farm und wir sagen alle recht freundlich und lustig, tschau tschau. Tschüss. Tschüssi. Tschau. Tschau.